Sie wenden das Familienklassenzimmer ganz konkret an zusammen. Was machen Sie für Erfahrungen? Wo sind auch Grenzen, diese Methode zu sehen? Wir sind seit sieben Jahren unterwegs und ich stelle fest, dass sich den Eltern eigentlich zunehmend fast eine Garantie geben kann, wenn sie sich engagieren in diesem Familienklassenzimmer, dann gelingt die Rückschulung und zwar häufig bis ein oder zwei Jahre früher. Das verringert die Kosten für die Einweiser. Gleichzeitig natürlich auch das Leid. Sonderschulische Massnahmen sind immer so ein Stigma. Aus psychotherapeutischer Sicht, was ist das Geheimnis dieser Methode? Das, was wirklich wirkt, was etwas bewegt? Wenn es gelingt, dass ich nur noch im Hintergrund bin, also auf dem Rücksitz und die Eltern sich gegenseitig, aber auch die Kinder, ist auch wichtig zu vergessen, sich coachen. Über diese schwierige Schulkarriere werden die Eltern zunehmend entmündigt. Nimmt ihnen eigentlich die Verantwortung weg. Und unsere Aufgabe ist ihnen die Verantwortung, um wieder zurückzugeben. Und wenn es dann auch gelingt, das, was man hier miteinander in dieser, ich sage, in der Trainingssituation geübt oder ausprobiert hat, zu transferieren in den Alltag, in die Schule, aber auch zu Hause. Wenn das gelingt, dann ist das das Highlight. Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Eltern kommen in den Unterricht. Sind da alle Eltern oder sind die gestaffelt und was machen die dann? Es ist eine Gruppe von mehreren Eltern. So ab fünf beginnt es zu funktionieren. Ab zehn Eltern wird es vielleicht sehr komplex, aber es ist ungefähr die Grösse. Und wir warten dann auch ein bisschen so, wir sagen eben therapeutische Dichte. Es muss etwas passieren. Machen da die Eltern freiwillig mit und kriegen sie alle Eltern ins Familienklassenzimmer? Da ist bei uns eine gewisse Hartnäckigkeit angesagt. Alle Möglichkeiten ausprobieren, erfinden, andere Eltern einspannen. Für mich ist es ein Zwangskontext, weil ja, man geht nicht freiwillig dorthin. Es muss ja irgendwie Schwierigkeiten geben, dass man findet, ein Kind muss, man muss was tun für diese Familie. Ich würde sagen, es sind natürlich zu Beginn immer ein bisschen Vorbehalte, weil sie nicht wissen, was sie wirklich erwartet. Kennen auch diese Kontexte nicht. Und meistens ist nach dem zweiten, dritten Mal eigentlich sogar eine gewisse Entlastung bei den Eltern spürbar, weil sie sehen, wir sitzen wirklich alle im gleichen Boot und vielleicht haben sie gar nicht das schlimmste Kind. Sie machen das an ihrer Tagessonderschule. Jetzt nimmt mich Wunder, ist die Methode auch übertragbar auf das Regelschul-Setting bei uns hier in der Schweiz? Also ich bin überzeugt. Vielleicht ist der Leidensdruck noch zu wenig hoch in der Regelschule. Die Projekte, die ich kenne, die funktionieren, wenn die zuweisenden Klassenlehrpersonen auch mitarbeiten. Vielen Dank.